Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zur Präsentation der Gewinner des German Innovation Award 2021. Die Zukunft hat hier ein Gesicht. Besondere Innovationen erfahren, besondere Aufmerksamkeit und wir kümmern uns jetzt um den Themenbereich Material Innovations. Das ist der Bereich, in dem Ingenieure permanent die Welt neu erfinden. Wie werden sich neue Materialien in Zukunft anfühlen? Welche Eigenschaften werden sie haben? Welche Innovationen sind überhaupt möglich mit neuen Materialien? Ich freue mich, dass hier im Studio bei mir Lutz Dietzold ist. Er ist Geschäftsführer des Rat für Formgebung. Herr Dietzold, man könnte ja die Geschichte der Menschheit sozusagen als eine Geschichte der Materialien erzählen, vom Feuerstein über Bakelit bis hin zu modernen Supraleitern. Haben Sie ein Lieblingsmaterial? Ja, ganz schwierige Frage. Sagen wir mal so, ich schaue in bestimmte Bereiche im Moment rein. In der Architektur finde ich Holz ganz spannend. Dass man wirklich jetzt auch in größere Dimensionen da geht. Also im Grunde auch wieder natürliche Materialien. Und wenn man das ein bisschen weiter greift, das Thema, dann ist es vielleicht so der Leichtbau, auch die Substitution, technische Textilien. Das finde ich sehr spannend. Also da wirklich bekannte Dinge einfach neu zu denken. Es ist ja sicherlich so, dass Design und neue Materialien sich auch gegenseitig befruchten und bedingen. Ja, auf jeden Fall. Also auch das sehen wir wieder gerade im, gucken natürlich auch viel, was passiert an den Hochschulen, auch im Designbereich. Und da wird ganz viel nach nachhaltigen Materialien im Moment geschaut. Also wie kann ich aus Algen bestimmte Flächen machen? Wie kann ich Textilien dann machen? Also da passiert ganz viel und das befruchtet sich und bringt dann auch wieder neue Produktkategorien hervor. Man, apropos Algen, man hat ja den Eindruck, dass da eigentlich physikalisch gar keine Grenze mehr es gibt. Also die Eigenschaften, die da gefunden werden, die sind doch immer raffinierter. Ob es dann um neue Akkus geht, um Solarzellen, die immer effizienter werden. Aber ich vermute, irgendwann ist natürlich gut. Dann ist alles da, oder? Also bis jetzt war ja noch nie alles da. Und das sind tatsächlich diese zwei Entwicklungen. Auf der einen Seite das Reduzierte, auch im Sinne der Nachhaltigkeit, möglichst nicht verschiedene Materialien zu stark zu kombinieren, um das Recycling zu ermöglichen. Und auf der anderen Seite natürlich eine Funktionsaufladung. Es kommen ja jetzt die ersten OLED-Fernseher auf den Markt, die man aufrollen kann. Also da sehen wir auch, auch da wird es leichter, beweglicher und da tut sich ganz viel. Ich sehe da kein Ende. Ja, kann man sich eigentlich nicht vorstellen. Sehr häufig war ja auch die Natur Inspirationsquelle, ob es um Haihaut für Flugzeugoberflächen geht oder Lotus-Effekte, die man dann im Autolack auch wieder mit einbaut. Bleibt Natur eine Inspirationsquelle? Ich denke, auf jeden Fall. Das ging tatsächlich ja mit der Bionik ein bisschen los, dass wir da so auch diese Perleffekte hatten. Das bleibt sicherlich eine Inspirationsquelle. Ich glaube, das ist auch sinnvoll, sich sozusagen, wenn wir mal schauen, wo ist die Innovationsleistung, was muss ich sozusagen an Forschung investieren, wenn wir erst mal schauen, was da ist, ehe wir noch wieder was Neues, auch in Bezug auf neue Materialien produzieren. Einfach mal schauen, was da ist und was können wir zur Anwendung bringen. Der Begriff unserer Zeit und die Herausforderung für alle Ingenieure ist natürlich die Nachhaltigkeit, Dinge so zu gestalten, dass sie sich vielleicht im besten Fall auch immer wieder verwenden lassen. Cradle to Cradle, ein Kreislaufgedanke. Ist da bei der Entwicklung von Innovation, ist das eher ein Hemmschuh oder ist das vielleicht sogar ein Booster für neue Entwicklungen? Ich glaube, wir müssen das gar nicht mehr diskutieren. Es ist da. Wir müssen uns damit auseinandersetzen. Jedes Unternehmen muss sich damit auseinandersetzen und ja, aus dem Hemmschuh kann der Booster werden. Ich glaube, das muss ich sozusagen im Entwicklungsprozess dann letztendlich dann sehen. Aber wir werden uns, und das natürlich unsere Kunden fragen uns, natürlich wo kommt das her? Was ist drin? Und wie werde ich es auch wieder los? Wie kann ich es recyceln? Und da muss ich Antworten geben. Und von daher, also es ist ein Booster. Ja, da wird sich auch kein Unternehmen drum herum drücken können. Das wird nicht mehr funktionieren in der Zukunft. Ich glaube, die viele wollen sich da auch gar nicht mehr drum herum drücken. Ich glaube, das haben alle für sich auch inzwischen, fast alle, erkannt. Ist aber natürlich auch wieder ein wichtiges Thema da mit den Lieferketten. Wo kommt das her? Wo habe ich meine Grundmaterialien? Auch unter welchen Bedingungen? Es wird komplexer. Ich muss mir eben alles anschauen. Es geht nicht nur um das Material, ob das recycelbar ist, sondern es ist auch die Frage, wo ist es produziert? Unter welchen Bedingungen ist es produziert? Ja, spannend. Wenn man so in die Vergangenheit zurückguckt mit Materialien, gab es natürlich immer wieder Risiken, die sich erst im Nachhinein herausgestellt haben. Also wir denken an Asbest zum Beispiel. Heute sind ja Hunderttausende von Chemikalien in der Welt am Markt und nur für relativ wenige gibt es Risikoabschätzungen. Ticken da noch viele Langzeitbomben Ihrer Meinung nach? Ich kann da nicht in die Glaskugel schauen. Aber allein, wenn wir uns mit Themen wie Mikroplastik etc. beschäftigen, also wir schauen, was in den Weltmeeren los ist, da ticken ganz viele Zeitbomben. Und es wird darum gehen, eben auch da wieder Simplicity einfacher heranzugehen, nicht so komplex heranzugehen und eben zu schauen, was passiert. Eben auch im Sinne des Credle-to-Credle am Ende des Lebenszyklus eines Produkts mit diesem Produkt. Um solche Probleme kümmern sich ja auch viele der Gold-Projekte. Ich denke, wir können die jetzt vorstellen. Ja, apropos die Gold-Projekte. Natürlich alle Gewinner können Sie auch in der Online-Galerie sehen. Die werden dort entsprechend vorgestellt und ja, da gibt es Spannendes zu entdecken. Und an dieser Stelle natürlich auch allen Gewinnern des German Innovation Awards 2021. Ein herzliches Glückwunsch von meiner Seite. Gut, dann schauen wir uns jetzt die Gold-Projekte an, die zeigen, wie innovativ sich Materialien gestalten lassen. Erstes Projekt, der Sicherheitsschuh R55 Impuls Black Blue Low. Man federt auf einer zweifach geschäumten Impulsform Zwischensohle, die dem Träger bis zu 55 Prozent seiner Energie zurückgibt. Farblich abgesetzte Schlaufen an Zunge und Ferse und der abgesetzte Schriftzug an der Innenseite bilden ein zusätzliches Design-Element. Die Jury findet die Kombination aus kompromisslosen Sicherheitsfeatures und einem Look, der von einem trendigen Freizeitschuh kaum zu unterscheiden ist, eindrucksvoll. Das entspreche dem Wunsch vieler Verbraucher auch am Arbeitsplatz modisch gekleidet zu sein. Die Marke hebt sich so von den Wettbewerbern sympathisch ab. 55 Prozent zurückgewonnene Energie, wenn da der Arbeitsalltag nicht mal luftig leicht wird. Das nächste Gold-Projekt. Schaut auf das, was sich unter unseren Konsolen abspielt. Ecoterra ist ein Werkstoff der Zukunft und die Revolution steckt in seiner Oberfläche. Bei der Produktion des Pflastersteins wird in der Vorsatzschicht auf Zement verzichtet. Stattdessen werden alternative Bindemittel verwendet. Die CO2-Bilanz sinkt um circa 15 Prozent je Quadratmeter. Wertvolle Primärrohstoffe können eingespart werden und verblassene Farben und Kalkausblühungen bei Betonsteinen gehören der Vergangenheit an. Die Jury hält die Reduktion von Zement in Pflastersteinen für eine zukunftsgerechte Entwicklung. Denn Zement ist ein CO2-intensiver Baustoff. Ecoterra ist also eine vielversprechende Betonstein-Alternative, die einen entscheidenden ersten Schritt auf dem Weg zu völlig zementfreien Steinen darstellt. Dr. Michael Metten, Geschäftsführer von Mettenstein und Design GmbH und Co. KG, hat sich über die Auszeichnung gefreut. Wir haben uns wahnsinnig gefreut. Das war ein Riesenereignis, als wir das mitgeteilt bekommen haben. In der Betonscheinbranche gibt es nicht ganz so viele Awards, die man gewinnen kann. Das Thema Innovation ist für uns ein ganz, ganz zentraler Punkt bei uns in der Unternehmenskultur und auch in der Unternehmensstrategie. Wir sind ein sehr innovationsgetriebenes Unternehmen und wenn man dann sieben Jahre an einer Entwicklung gearbeitet hat, sie erfolgreich ist, sie erfolgreich auf den Markt eingeführt wird und man dann obendrauf noch als Krone sozusagen einen Innovation Award bekommt, dann ist die Freude natürlich groß. Den intensivsten und längsten Kontakt mit technischen Materialien haben wir wahrscheinlich nachts. Ob wir wachen oder aber schlafen, liegt gerne auch an der Matratze. Unser nächstes Goldprojekt. Diamond Degree Matratzen gibt es in vier Liegegefühlen. Soft, Medium, Hard und Dynamic. Die Technologie soll es ermöglichen, die ideale Tiefschlaftemperatur in Rekordzeit zu erreichen. Grafitpartikel in der obersten Matratzenschicht verbinden sich unter dem Druck des Körpers. Die überschüssige Wärme wird von der Matratze abgeleitet. Die Jury sieht das Potenzial, denn immer mehr Menschen leiden unter zu kurzen Tiefschlafphasen. Sie können sich nicht optimal erholen. Mit ihrem Wärmemanagement könnten diese Matratzen für viele Menschen zum Schlüssel für erholsamen Schlaf und damit auch mehr Lebensqualität werden. Gratulation Christoph von Wriesberg, Geschäftsführer von Dunlopillo Deutschland GmbH. Grundsätzlich gehört zur DNA von Emma und von Dunlopillo natürlich grundsätzlich Innovationen. Wir haben in den letzten fünf Jahren, unser Unternehmen ist ja noch relativ jung, in Summe weltweit über 30 Preise für die Produktqualität Testsiege erlangt. Aber ehrlicherweise muss ich sagen, dass ich mich persönlich über den Innovation Award für Grafit-Technologie besonders freue. Kunden kaufen häufig dieselbe Matratze, die sie vor zehn Jahren schon hatten, weil sie glauben, sich in diesem Bereich, dass sich dort nichts entwickelt und getan hat. Das ist aber nicht so. Wir forschen da sehr, sehr intensiv. Und letztendlich ist es auch ein Statement unseres Unternehmens an der Stelle. Wir wollen nachhaltig Schlaf optimieren und einen positiven Einfluss auf die Lebensqualität der Menschen bieten. Und wenn wir das durch so einen Preis dann mal unterstrichen bekommen, dann zeigt das, dass unsere Arbeit auch gewertschätzt wird. Wohlfühlen zu allen Zeiten, in allen Lebenslagen und auf allen Aktivitätsniveaus. Das ist die Herausforderung für die Material Innovators. Unser nächstes Gold-Projekt zielt auf unsere sportliche Lebenswelt. Der Energy Accumulator 4.0 ist ein auf Funktionalität ausgelegter Decision Layer. Er vereint eine Vielzahl von thermoregulierenden und schützenden Eigenschaften. Das 3D Bionic Sphere System mit Thermosyphon Technologie kühlt, wenn man schwitzt und wärmt, wenn einem kalt ist. Die Partialkompression sorgt für das richtige Gefühl beim Skilaufen. Die Jury erkennt, dass Leistungssport auf der Skipiste noch anspruchsvoller ist, da die körpereigene Thermoregulierung den Athleten zusätzlich Kraft kostet. Mit dem Energy Accumulator 4.0 gelingt eine funktionelle Sportbekleidung, die nicht nur Kraft spart, sondern in der sich der Athlet insgesamt wohler fühlt. Schön, wenn der Mensch mal nicht nur an sich denkt, sondern auch seine tierischen Lieblinge mit innovativen Materialien beglückt. Das BEMA Horse Set zur Behandlung von Pferden besteht aus Pferdedecke und Gamaschen mit integrierten kabellosen Signalkontrollern. Diese stimulieren die Durchblutung von kleinen Blutgefäßen. Das Material von Decke und Gamaschen ist atmungsaktiv und bietet durchdachte Details wie eine Polsterung für empfindliche Stellen sowie einen innovativen Verstellmechanismus. Die Jury schätzt das BEMA Horse Set für seine kabellose, einfache und komfortable Handhabung. Das Set sei eine vielversprechende Lösung zur Förderung des Wohlbefindens und der Gesundheit von Pferden. Das waren die Gewinner des German Innovation Award 2021 im Themengebiet Material Innovations. Gratulation an die Preisträger. Vielen Dank für Ihr Interesse. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.